So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn ich war wieder mal mit Pupsi im Kaufland, da habe ich was gesehen, das waren Säfte. Die haben mich schon durch ihre Farbe angesprochen, dann habe ich mir mal durchgelesen, was das ist, dann fand ich das interessant vom Geschmack her, deswegen habe ich mir die mal mitgenommen. Das ist einmal der Kamerad hier und dann jetzt kommt der Kamerad, also zwei Kameraden, wir müssen immer zwischendurch kurz anhalten für das Dumpnail vielleicht, ich glaube das ist besser, wenn man mich sieht und die Produkte, aber was ist das überhaupt, ich weiß es nicht, den habe ich zuerst gesehen, habe dann gedacht, eine Flasche alleine lohnt sich nicht, habe den noch gesehen, ich glaube das ist gar nicht so besonders, das ist aufgefallen, war besonders und was genau das ist, Wir gucken uns erstmal den an, das Ganze ist nämlich von Pure Parrot, Parrot müsste der Papagei sein, das ist der reine Papagei, der pure Papagei, aber pur mit pur zu übersetzen ist irgendwie low, deswegen ist das der Pure Parrot. Wenn ich das so rum nehme, seht ihr hier, Pure Parrot plus Saft, Sunny Side, Ananas, Mango, Jutsu und andere Früchte. Wenn wir gleich hier drauf gucken, sehen wir, Pure Parrot plus Saft, Subluz mit Apfel, Kokos, Wasser, Guave und andere Früchte. Was heißt andere Früchte, was ist da noch drin und wir wollen die natürlich mal testen, aber was haben wir sonst noch, was wir hier vorlesen können. Wir haben also Sunny Side, Ananas, Mango, Jutsu. Hinten steht, mehr Fruchtsaft mit Ananas, 40% Orangensaft, Mango, Mark, Apfelsaft, Passionsfruchtsaft und Jutsu-Saft. Jutsu-Saft aber nur 0,6%. Was ist Jutsu-Saft? Habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Ähm, soll sehr frisch sein, sehr fruchtig, sehr lecker, frisch gepresst. Sieht auf jeden Fall interessant aus, wir machen das auch direkt mal auf, wir probieren das jetzt mal. Ich werde, ach, da muss man das schütteln. Da ist bestimmt keine Kohlensäure drin, wir schütteln es einfach mal, machen das mal auf. Gucken wir mal, wenn wir uns das einschenken in ein Glas. Und da möchten bestimmt noch andere von trinken. Corona, ihr wisst Bescheid, deswegen nehmen wir uns das Bierglas vom Homer, schenken das mal hier ein. Einfach mal ein kleines Gläschen, nur einen Schluck. Ich muss nämlich gleich noch mehr Sachen hintereinander testen. Damit ich nicht brechen muss, äh, stellen wir das jetzt hier an die Seite, ne. Pure Parrot-Saft, The Sunnyside, Ananas, Mango, Jutsu und was noch dabei ist, Orange, Mango. Oh ne, Mango steht auf Vornachricht, keine Ahnung. Ich musste mir eine Strichliste machen, dass ich weiß, was da dabei ist und was nicht. Jetzt probieren wir mal den Saft. Was ich am meisten rausschmecke, ist komischerweise das Mango. Jutsu weiß ich ja keine Ahnung, was das ist. Passionsfruchtsaft, keine Ahnung. Orangensaft, ja, daher auch die Farbe zusätzlich mit dem Mango. Ananas 40, Mango 16. Ich finde am meisten trotzdem, ne Mangonode, auch Mangosaft hat ne ganz andere Konsistenz als jetzt Orangensaft. Der ist irgendwie so, der ist, der wiegt mehr. Ich weiß nicht, ob man weiß, was das bedeuten soll. Der wiegt einfach mehr. Probiert mal Orangensaft, der ist so leicht. Trinkt Mangosaft, der wiegt einfach mehr. Der ist schwerer auf der Zunge. Also ist eine interessante Kombination. Schmeckt auch sehr fruchtig, aber es ist halt schwer, ne, durch die Mango. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, wenn, dann sind mir wohl leichte Säfte mehr bekömmlich. Der brennt auch ein bisschen, vielleicht gerade durch die Ananas, diese Säure, die dabei ist. Äh, Apfel ist ja auch ein bisschen säuerlich immer. Und, ja, es schmeckt sogar so, als hätte der irgendwie eine kleine Schärfe mit bei. Ey, ist ein bisschen säuerlich, ist ein bisschen scharf, liegt schwer im Magen, ist sehr wuchtig, ist stark, ist groß. Kann man sicherlich mal probieren, ist was Besonderes. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal und nochmal und nochmal kaufen. Dann vielleicht trotzdem lieber einen normalen Orangen-Nektar oder einen Bananen-Nektar. Banane ist eigentlich immer gut. Banane ist der Boss. Wir stellen den jetzt also mal zur Seite. Lassen die anderen mal probieren später. Mal gucken, was die dazu sagen. Und jetzt haben wir hier noch, hier steht ja nur Apfel, Kokos und Guave. Hinten drauf steht aber, Meerfruchtsaft mit Pflanzen und Spirulina-Extrakten. Apfelsaft 72%, Kokoswasser 10%, Traube, Guavenmark, Limettensaft, Passionsfruchtsaft. Also auch wieder Passion. Apfel säuerlich, Traube säuerlich, Limette säuerlich. Ich habe mich eigentlich besonders auf das Kokoswasser gefreut. Kokos und Guave. Wir wissen bei dem anderen nicht, was das andere ist. Hier Jutsu, hier wissen wir nicht, was Guave natürlich ist. Wir sind ja alle zurückgeblieben. Den werden wir jetzt aber auch mal schütteln. Ich denke mal, der hat trotzdem einen eher besonderen Geschmack und ist einzigartiger, sodass wir vielleicht diesen empfehlen können und den anderen eben nicht empfehlen, weil wir bei dem anderen auch einfach einen Mangosaft kaufen können. Und dann habt ihr eben explizit diesen Mango-Geschmack, der so extrem im Vordergrund war. Hier dachte ich jetzt, okay, da kommt so ein Kokosgeruch durch. Aber wenn ich rieche dran und denke, ich stehe in der Garage und habe einen Farbeimer aufgemacht, riecht also etwas modrig. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, das Kokos geht wieder komplett unter und die sauren, kräftigen Sachen überwiegen. Er ist auf jeden Fall nicht so schwer wie der Mangosaft, ja. Mango stark, wiegt viel, wiegt schwer, der ist leichter. Aber irgendwie schmeckt er auch einfach komplett gekünselt. Ihr habt diese Mischung aus diesem Apfelzeugs, alles essigmäßig, so richtig säuerlich. Kokos, wie gesagt, Kokosgeschmack ist wohl bei, aber diese Kombination aus diesen ganzen säuerlichen Früchten mit Kokos, es schmeckt halt wirklich wie ein Eimer Farbe, keine Ahnung. Da ist extra, die Färbung kommt ja auch nur, weil da extra noch färbendes Lebensmittel-Extrakt aus Spirulina und Apfel, dadurch wurde das gefärbt, aus Spirulina-Extrakt, was auch immer das sein soll. Schmeckt einfach nach Baumarkt, nach Tapezierabteilung, nach irgendwas. Wenn ihr wirklich einen ganz besonderen Geschmack haben wollt, nehmt den mal mit, probiert den mal, sagt mal eure Meinung. Den habe ich übrigens im Kaufland gesehen. Auffällig eben durch die Farbe, dieser Papagei hat es mir angetan. Wie gesagt, normaler Mangosaft, so explizit im Vordergrund, muss man nicht unbedingt. Hier, besonderer Saft kann man, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sonderlich gut schmeckt. Normalerweise würde ich jetzt eine Dose 500-Dosen-Bier aufmachen, um diesen ekligen Geschmack wegzukriegen und mir was Gutes zu gönnen. Aber ich muss ja jetzt noch zwei Folgen, zwei andere Folgen am Stück aufnehmen und dann noch irgendwo hin. Deswegen, wenn, dann kann ich das vielleicht am Ende der dritten Folge heimlich, ohne dass es jemand mitkriegt oder heute gar nicht. Obwohl, wenn ich dann schon drei Folgen gemacht habe und mir das dann noch reingepumpt, mein Magen ist, glaube ich, jetzt schon voll von den zwei Säften. Egal. Das war es jetzt von meiner Seite. Wenn ihr den auch schon mal gesehen habt, probiert habt, getestet habt, schreibt es mal in die Kommentare oder ob ihr euch den holen würdet. Wie gesagt, gibt es im Kaufland. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns in Peaceout. Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.